...von Helfer und Wissen uns an die Endlichkeit unseres Seins erinnert. Das tragische Unglück von Hörter hat aber auch gezeigt, dass mit der Not auch das Retzel bewegt und das unter uns niemand allein gelassen hat. Möglich für alle, die vor Unglück betroffen sind, daraus Kraft und Hoffnung erwachsen. ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020